Herzlich Willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein. Wie der Name schon sagt, geht es hier um dein Menschsein. Denn alles in deinem Leben steht und fällt mit dir, weil du der wichtigste Mensch darin bist. Mein Name ist Kim Sternemann. Ich bin Coach, Yoga-Lehrerin und Gründerin der Akademie Menschsein. Mein Podcast dient dir als Muckibude für dein Bewusstsein und dein ganz persönliches, inneres Wachstum. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige neue Podcast-Episode ist eine Episode zum Thema Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Wie können wir es in unserem Alltag nutzen? Und zu guter Letzt würde ich dir gerne noch eine kleine praktische Übung mit an die Hand geben, die ich sehr, 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 sehr gerne in meinen Seminaren immer anleite und sie dir heute einfach hier in der Podcast mal zur Verfügung stellen möchte, damit du sie für dich zu Hause ganz in Ruhe üben kannst. Achtsamkeit generell ist etwas, was unser aller Leben bereichern kann. Und das, was mir ein großes Anliegen ist, ist halt wirklich eine achtsame Lebensführung zu kultivieren. Das bedeutet, wenn wir Achtsamkeit in Gedanken, in Gefühlen und in unseren Handlungen einziehen lassen, dann hat das nicht nur einen Effekt auf unser eigenes Leben, sondern darüber hinaus führt Achtsamkeit, vornehmlich gelebte Achtsamkeit, einfach dazu, dass wir auch den Umgang zu anderen Menschen, zu Tieren und zur Umwelt generell verändern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und wie immer teil die Folge mit jemandem. Wenn du glaubst, dass Achtsamkeit ein Thema für jemand anderen ist, den du kennst aus deinem Umfeld oder der dir vielleicht sehr, sehr am Herzen gerade liegt, freue ich mich natürlich, wenn du meine Folge empfiehlst. Ganz viel Spaß in der heutigen Episode zum Thema Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet nach Jon Kabat-Zinn, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst, im gegenwärtigen Augenblick, ohne zu urteilen. Das ist die allgemeine Definition nach dem, man könnte sagen in Anführungsstrichen Begründer Jon Kabat-Zinn, einem Professor aus Amerika. Und Achtsamkeit generell ist eine buddhistische Idee. Es heißt, Achtsamkeit ist im Buddhismus entstanden und gibt es schon viele, viele, viele Jahrtausende. Und ich möchte gerne dir einmal hier und heute erklären, wie wir Achtsamkeit tatsächlich leben können. Also wie können wir Achtsamkeit in unseren Alltag integrieren? Welchen Sinn hat es das eigentlich zu tun? Und wie sieht das aus, wenn ich das täglich übe? Generell ist es so, dass man einfach sagen kann, Achtsamkeit sorgt dafür, dass du aufmerksam bist und dass du dir deiner selbst bewusst wirst. Stell dir das mal so vor. Alles, was in deinem Leben ist, was du tagtäglich über deine fünf Sinne aufnimmst, ist im Grunde genommen nichts anderes als Information. Und all diese Informationen strömen tagtäglich in dich ein. Und dein Gehirn ist damit beschäftigt, diese Informationen zu filtern und möglichst Informationen auszuwählen, die deiner Persönlichkeit entsprechen. Das bedeutet, ich nehme, beziehungsweise dein Gehirn nimmt Informationen, die für dich relevant sind. Das ist so über so einen Laufe des Lebens, über mehrere Jahre, ich sage mal so, ich bin jetzt 31, mit 31 Jahren, ist so meine Persönlichkeit auf bestimmte Informationen gepolt, die im Laufe meines Lebens für mich einfach relevant waren. Das heißt, aus allen Informationen, die ich tagtäglich so wahrnehme, wird meine Aufmerksamkeit quasi ganz automatisch dahin gelenkt, wo für mich relevante Dinge gerade passieren oder ich sie erleben kann. Und ich sage mal so in Anführungsstrichen, der ganz normale Wahnsinn, den wir alle ja tagtäglich erleben, im Berufsleben, im Privatleben und dann irgendwie auch mit unserer eigenen Gesundheit, ist halt einfach sehr überladen. Das heißt, so ein Leben, so ein Ein-Tag in einem Leben kann halt schon echt ganz schön überfrachtet sein mit Informationen. Und beispielsweise in so Ausnahmesituationen wie aktuell, zu dieser aktuellen Pandemie, kommen halt einfach noch weitere Stressoren hinzu. Und irgendwann wird es einfach super schwierig, diese Brücke zu bauen, beziehungsweise auch diesen Spagat zu schaffen zwischen den täglichen Herausforderungen, denen wir begegnen und die wir auch meistern möchten und das natürlich auch möglichst erfolgreich und dem eigenen Ausgleich, den wir aber brauchen. Denn grundsätzlich ist es ja einfach so, dass du als Mensch innere Homöostase brauchst. Das bedeutet, du brauchst diese innere Ausgeglichenheit, diese Balance. Ganz automatisch braucht dein Nervensystem das, dein inneres Gas- und Bremspedal. Und je mehr Informationen von außen permanent auf dich einstrimmen, desto schwieriger wird es eigentlich, diesen inneren Ausgleich auch zu schaffen. Weil wir einfach von der Art und Weise, wie wir groß werden, wie wir erzogen werden, uns eher im Außen orientieren. Das heißt, wir gucken eigentlich eh immer, was passiert um uns herum, was läuft da, was muss gemacht werden, was geschieht, was passiert, was ist der nächste Step, was ist geschehen, was war die Vergangenheit? Und missachten eigentlich häufig den inneren Zustand. Und jetzt versuchen wir, dieses wunderbare Tool namens Achtsamkeit in unser Leben zu integrieren, weil es was mit uns macht. Achtsamkeit grundsätzlich sorgt dafür, dass der Reiz, der in Form einer Information auf dich einströmt, nicht sofort mit dir in Identifikation findet und du nicht sofort reagierst. Das bedeutet eigentlich, wenn du dir das als Bild vorstellst, es kommt ein Reiz und du möchtest reagieren. Das ist der normale Impuls, dem wir immer folgen. Das heißt, etwas passiert und du hast irgendwie sofort einen Gedanken dazu, eine Meinung oder weißt, was zu tun ist. Das heißt, du willst handeln. Und viel von dem ist einfach sehr automatisiert. Das heißt, viele Gedanken, die du denkst, sind ähnlich, viele Gefühle, die du hast, sind sehr ähnlich und viele Reaktionen, die du einfach so tagtäglich gibst und verlebst, sind gleich, sind einfach sehr, sehr ähnlich. Und Achtsamkeit ist quasi der Puffer, den man dazwischen entwickelt. Das bedeutet, zwischen dem Reiz und deiner ganz persönlichen Reaktion auf eine Information soll erst einmal ein Raum entstehen. Dieser Raum soll dir ermöglichen, nicht sofort eine Identifikation mit dem Reiz, mit der Information, die du wahrnimmst, einzugehen. Warum? Weil wir eigentlich alles, was wir über die Sinne wahrnehmen, von dem denken wir häufig, dass das ein Teil von uns ist. Ein bestes Beispiel aus der Achtsamkeit ist zum Beispiel, häufig haben wir sehr personifizierte Gedanken und Gefühle und verbinden uns einfach mit dem, was wir wahrnehmen. Das heißt, wir denken zum Beispiel, wir sind unsere Gedanken oder wir denken, wir sind unsere Gefühle, wir sind der Schmerz, wir sind das Ereignis, was gerade passiert, aber laut Achtsamkeit ist das nicht der Fall. Und deshalb gilt es, diesen Puffer zu kultivieren, damit man den Raum zwischen sich und dem Reiz der wahrgenommenen Information ausdehnt, um irgendwann zu erkennen, dass du all das, von dem du denkst, dass du es bist, es eigentlich nicht bist, sondern, dass du im Kern deines Seins reines Bewusstsein bist, reines Gewahrsein, könnte man auch sagen. Wie kann ich jetzt also diesen Raum ausdehnen? Übertragen auf den ganz normalen Wahnsinn, der so tagtäglich passiert, kannst du dir das auch vorstellen wie eine Schneekugel. All die Flocken, die in einer Schneekugel umher schweben, wenn du sie schüttelst, sind all die Informationen, die tagtäglich auf dich einströmen. Und wie in so einer Schneekugel kann halt auch im echten Leben es einfach mal passieren, dass man in einen Schneegestöber gerät und eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kann. Das heißt, man sieht eigentlich nur noch Schneeflocken. Alles ist irgendwie weiß und getrübt und man sieht gar nicht mehr, worum es wirklich geht. Man weiß nicht, wo geht der nächste Step hin, wo geht meine Reise hin. Man findet keine Klarheit und man kann sich halt einfach auch nicht fokussieren, weil alles ein großes weißes Durcheinander ist. Und Achtsamkeit ist tatsächlich die Pause, der Raum, der entsteht, um in diesem Schneesturm eigentlich zu gucken, was ist das Wesentliche, worauf muss ich mich hier eigentlich konzentrieren, damit ich weiß, wie es weitergeht. Und tagtäglich ist es so, dass deine Aufmerksamkeit sich einfach immer überall dran heftet, an die Informationen, die für dich relevant sind. Wenn du jemand bist, der als Beispiel Mode ganz toll findet und du gehst durch die Stadt, so klar, dann heftet sich deine Aufmerksamkeit an Mode, an Schaufenster, an Kleidung, die du irgendwo sehen wirst. Wenn du eher jemand bist, der seine Aufmerksamkeit häufig auf Essen lenkt, dann wirst du wahrscheinlich weniger die Mode wahrnehmen und mehr die Nahrung, die es einfach in der Stadt gibt, wenn du da gerade langläufst. Das heißt, wir versuchen einfach, unsere Aufmerksamkeit durch Achtsamkeit wieder ein bisschen mehr zu uns zurückzunehmen, damit wir die Möglichkeit bekommen, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren, wirklich herauszufinden, worum geht es hier eigentlich gerade. Und genau diesen Puffer, diesen Raum, den Achtsamkeit zwischen Reiz und Reaktion darstellt, den möchten wir ausdehnen. Und das machen wir gleich auch noch mit einer praktischen Übung. Und du kannst dir einfach mal, so vielleicht schreibst du dir das auf oder du behältst es einfach im Kopf. Achtsamkeit folgt so ungefähr vier bis fünf Regeln. Und da geht es einfach immer im ersten Schritt darum, dass Achtsamkeit mich lehrt, erst einmal innezuhalten. Und zwar körperlich, mental und emotional. Das heißt, ich schaffe einfach erstmal einen Raum, in dem ich mir den Raum nehme, einfach mal anzuhalten. Das heißt, mich nicht sofort mit der Information zu verbinden und zu reagieren, sondern ich warte erstmal. Ich gucke erstmal. Ich bleibe erstmal in dieser wartenden Haltung, in dieser abwartenden Position. Ich beobachte. Und der nächste Step ist, dabei unterstützt mich immer mein Atem. Das heißt, wenn ich mir diesen Raum genommen habe, um innezuhalten, kann ich erst einmal tief durchatmen. Ich atme erstmal ein und aus. Ich werde mir meines Atems bewusst und verbinde mich mit meinem Atem. Und über den Atem kannst du immer ganz hervorragend Kontakt zu dir aufnehmen. Du spürst dich Atmung findet immer jetzt statt. Das heißt, Atmung ist ein so, so, so kraftvolles Tool, um Gewahrsein zu kultivieren. Und Atmung unterstützt dich auch dabei, Anspannung loszulassen. Und das ist der nächste Schritt. Du hältst inne, du wirst dir erst einmal deines Atems bewusst, du atmest tief ein und aus und dann lässt du erst einmal die Anspannung los, die du vorher über deinen Atem schon wahrnehmen konntest. Atmung wird dich immer in deinen Körper bringen. Das heißt, du wirst spüren, bin ich angespannt, ist da Enge in mir, ist da Druck. Und über das Ausatmen kann ich das regulieren. Ein langer Ausatmen sorgt dafür, dass ich Anspannung lösen darf. Und wenn ich etwas loslasse, dann schaffe ich einen neuen Raum. Ich schaffe einen neuen Raum, in dem ich mir erlauben kann, zuzulassen, anzunehmen, was gerade ist. Das ist der vierte Schritt. Und wenn ich annehme, was gerade ist, dann gehe ich automatisch in den fünften Schritt über und ich öffne mich. Ich schaffe einen Freiraum. Ich schaffe quasi Platz in mir, um diesen Raum auszudehnen, um achtsam zu sein, um erst einmal zu beobachten, was macht das mit mir, was da gerade um mich herum passiert. Wie fühlt sich das an, wenn ich die und die Informationen von außen in mich aufnehme? Welches Gefühl hinterlässt es in mir, wenn ich diese Situation bewusst wahrnehme? Das heißt, Achtsamkeit folgt ganz klaren Schritten eigentlich, die man wirklich so zusammenfassen kann. Ich mache es nochmal in so einem Short-Task. Schritt Nummer eins ist, erstmal stoppen, innehalten, körperlich stehen bleiben, Gedanken stoppen und Gefühle einfach erstmal kurz auf Pause drücken, als würdest du einfrieren für einen Moment. Im zweiten Schritt mach dir deinen Atem bewusst. Atme einmal tief ein und tief aus. Schritt Nummer drei, über das lange ausatmen, Anspannung lösen. Einfach loslassen. Schritt Nummer vier, zulassen, annehmen, was gerade ist. Schritt Nummer fünf, dich genau über diese vier Schritte dem Moment öffnen, den Freiraum schaffen und den inneren Raum schaffen. Die Situation ganz präsent wahrzunehmen. Und Achtsamkeit ist nichts, was einfach so passiert. Für all die Dinge, die wir als erstrebenswert finden, dürfen wir immer auch etwas tun. Und tun ist ja nichts Negatives, sondern etwas für Achtsamkeit zu tun, ist eigentlich schon die halbe Miete. Weil in dem Moment, wo du Achtsamkeit übst, sie bewusst in dein Leben einziehen lässt, tust du es ja eigentlich auch schon. Das heißt, in den Momenten, wo du es versuchst, wirst du ja schon ganz viele wunderbare Momente haben, in denen du tatsächlich achtsam warst oder bist. Von daher ist der Versuch, der stetige Versuch, das weiterhin zu tun und das zu einer Routine werden zu lassen, zu einer ganz bewussten Gewohnheit eigentlich schon, that's the key, könnte man sagen. Und ich möchte dir heute zu diesen fünf Schritten eine ganz, ganz wunderbare Übung mit an die Hand geben, die ich, wie schon angekündigt, immer in meinen Seminaren anleite, weil sie so, so simpel ist, aber so entspannt ist und den Körper ganz, ganz schnell mit dem Geist eigentlich verbindet, deine Aufmerksamkeit bündelt. Und du es einfach super easy überall machen kannst, wo du eigentlich bist. So, das heißt, du kannst über den Tag verteilt diese Übung für dich einfach wiederholen und alles, was du dafür brauchst, ist für einen Moment, dir den Raum zu gönnen, wirklich zu gönnen, dich zurückzuziehen. Und irgendwann ist es so, wenn du gut darin bist, Achtsamkeit wirklich bewusst zu üben, wird sie irgendwann von alleine sich dann auch unbewusst ausdehnen. Das heißt, natürlich ist es eine Sache, wenn ich mir den Rückzug erlaube und auch genehmige, wo ich meine Augen schließen kann, wo ich ganz in Ruhe mit mir sein kann. Das ist eine absolute Luxussituation, wenn man das so sagt, oder das auch so übt. Und der Schlüssel für all die Schwierigkeiten im Leben ist ja eigentlich, es dann irgendwann auch anwenden zu können, wenn es super rummelig ist, wenn es halt gerade hektisch und stressig ist. Aber dafür dürfen wir halt einfach im Stillen und im, ich sag mal, im Luxuszustand mit uns das einfach üben, damit wir dann natürlich auch in der Lage sind, das einfach in diese schwierigen Momente übertragen zu können. Ich lade dich jetzt von Herzen ein, mit mir in eine praktische Achtsamkeitsübung zu starten und dafür bitte ich dich, dass du dich einmal mit dir ganz bequem hinsetzt. Es muss nicht auf dem Boden sein. Du darfst dich auch auf einen Stuhl setzen oder aufs Sofa. Und gut wäre, wenn du deine Füße auf den Boden stellen kannst. Und während du auf einem Stuhl sitzt, nehmen wir eine neutrale Wirbelsäulenposition ein. Das heißt, du richtest dich nach oben auf. Du machst dich ganz lang nach oben. Das ist innere Aufrichtung, die dich einfach dabei unterstützt, deinem Körper was Gutes zu tun, aber dich auch mental darauf einzustellen, dass es hier jetzt um innere Aufrichtung geht, innere Arbeit generell ist immer das Aufrichten meines Selbst. Ich gucke, wo stehe ich, wo will ich hin, wer bin ich, wer möchte ich sein. Und dann schließt du deine Augen und folgst einfach für die nächsten Minuten meiner Anweisung. Zunächst einmal werde dir deines Atems bewusst. Atme über deine Nase ein und 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 über deine Nase aus. Platziere deine Aufmerksamkeit genau da bei deinem Atem. Atme weiter durch die Nase ein und durch die Nase aus. Spüre, wie dein Atemfluss über die Nase in deinen Körper gelangt und über die Nase deinen Körper wieder verlässt. Vielleicht spürst du auch, wie der Atem mit jedem Einatmen ganz sanft deine Rippen bewegt, dein Brustbein leicht nach oben anhebt. Und mit jedem Ausatmen senkt sich dein Brustbein. Ganz, ganz sanft und ganz subtil. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, kehre einfach zu deinem Atem zurück. Und ganz liebevoll nimmst du deinen Geist wieder an die Hand, als würdest du ihn immer wieder zurücklenken, ohne ihn zu sehr zu forcieren oder wütend darüber zu werden. Immer und immer wieder kehrst du zu deinen eigenen Gedanken, zu deinem Atem hierher zurück und bleibst genau da. Dann legst du deine Arme ganz entspannt auf deine Oberschenkel, sodass deine Hand Innenflächen nach oben zeigen. Du bringst auf beiden Seiten deiner Hände Daumen und Zeigefinger zusammen. Ganz sanft berühren sich die Kuppen miteinander. Du beginnst, Daumen und Zeigefinger ganz sanft gegeneinander zu kreisen. Und ganz aufmerksam und achtsam nimmst du das Gefühl zwischen deinen Fingerkuppen wahr. Spürst du die Haut, spürst du, wie sich deine Fingerkuppen ganz sanft berühren und wie intensiv diese Körperempfindung sein kann, wenn du deine Aufmerksamkeit genau da platzierst. Kehre immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu dem Gefühl zwischen deinen Fingern zurück, wenn du merkst, dass dein Geist sich in Gedanken verliert. Dann geh einen Schritt weiter und gib Daumen und Mittelfinger zusammen. Lass die Kuppen sich sanft berühren und beginne auch hier ganz langsam auf beiden Seiten deiner Hände deine Fingerkuppen ganz soft gegeneinander zu kreisen. Lass deinen Atem weiter fließen und bleibe ganz bei dir. Spürst du die Intensität der Berührung, die feine Haut deiner Fingerkuppen, ganz sensibel und voller Nerven. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit genau da, da, wo du spürst, wie Daumen und Mittelfinger gegeneinander reiben. Und dann wandere mit deinem Daumen zu deinem Ringfinger und drehe ganz langsam Daumen und Ringfingerkuppe gegeneinander. Bleibe achtsam und spüre, spüre, was du fühlst. Und dann lass deinen Atem ganz sanft ein- und ausfließen. Du drehst Daumen und Ringfinger ganz leicht gegeneinander. Nimm auch hier diese intensive Berührung wahr. Spüre deine Haut und bleibe im Kontakt mit dir. Wenn deine Gedanken in irgendwelche Richtungen abdriften, so kehre immer wieder zu dem Bereich zwischen Daumen und Ringfinger zurück. Komm genau hierhin zurück, samt deiner Aufmerksamkeit. Und dann zu guter Letzt, gib Daumen und den kleinen Finger zusammen. Lass auf beiden Seiten deiner Hände die Kuppe des kleinen Fingers und die Kuppe deines Daumens sich ganz sanft gegeneinander drehen. Spüre, wie sich das anfühlt. Und bleib ganz aufmerksam. Bleibe dir deiner selbst bewusst. Gewahr und vollständig in diesem Moment bei deinen Fingern. Spüre dich, spüre den Bereich zwischen Daumen und kleinen Finger. Dann stoppe die Bewegung und drücke deinen Daumen und deinen kleinen Finger für einen Moment ein bisschen fester aufeinander. Spüre den Druck. Dann löse das. Spüre, wie der Druck noch weiterhin nachzuempfinden ist, ohne dass sich deine Fingerkuppen berühren. Dann gib Daumen und Ringfinger von den Kuppen zueinander und drück einmal feste. Bau Kraft auf und druck. Dann löse die beiden Finger und spüre einmal nach. Daumen und Mittelfinger, drück die beiden Kuppen gegeneinander, baue ein bisschen Kraft und Druck auf. Dann löse die Finger und spüre nach. Und dann gib Daumen und Zeigefinger zusammen. Lass die beiden ein bisschen gegeneinander drücken. Bau Kraft auf. Dann löse die Finger und spüre nach. Deine Arme sind ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln. Deine Finger sind entspannt. Deine Handinnenfläche zeigt nach oben. Und du wirst dir nochmal deines Atems bewusst. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Spüre dich. Spüre dich. Spüre deinen Atem. Und ohne ihn zu werten, lässt du ihn einfach kommen und gehen. Das, was er die ganze Zeit von ganz alleine macht. Er kommt und er geht, ohne dass du irgendetwas dafür tun musst. So wie dein Atem kommt und geht. So kommen deine Gedanken und deine Gefühle. Und so gehen sie auch wieder. Alles fließt durch dich hindurch. Spüre erneut deinen Atem. Platziere deine Aufmerksamkeit bei deinem Atemfluss. Atme nochmal ein. Und atme aus. Und ganz langsam darfst du deine Augen wieder öffnen und in ein neues Jetzt hierher zurückkehren. Öffne deine Augen. Willkommen zurück. Ich hoffe, es geht dir gut. Du konntest dich ein bisschen auf die Übung einlassen. Dich hingeben und deinen Geist immer wieder zu dir zurückholen. Achtsamkeit lehrt uns in Gänze zwei Dinge. Wir können die Feldposition einnehmen. Das heißt, wir sind mitten in einer Situation. Wir identifizieren uns mit dem, was geschieht. Wir werden zu dem, was passiert. Und das führt dazu, dass wir natürlich auf der einen Seite ganz viel Freude empfinden können. Aber auf der anderen Seite einfach auch ganz viel Leid. Das sind die Momente, von denen wir wissen, erleben wir Freude, so bejahen wir eine Situation. Und erleben wir Leid, so lehnen wir sie ab. Und neben der Feldposition, in der wir uns ganz, ganz oft befinden, weil wir auf den Reiz reagieren, den wir wahrnehmen, auf eine Information, die wir über die Sinne aufnehmen. So finden wir darüber hinaus auch eine Beobachter-Position. Das bedeutet, du siehst dich ein wenig getrennt von dem, was passiert. Und es bedeutet nicht, dass da weniger Verbindung ist. Es bedeutet einfach, dass du viel bewusster wahrnehmen kannst, wie oft du Ja oder Nein zu etwas sagst. Und dass du eine Möglichkeit bekommst, die Dinge, die du ablehnst, die sonst zu persönlichem Leid geführt haben, viel weniger im Widerstand erleben kannst. Und dir selbst ermöglichst, erst einmal hinzugucken, was passiert da wirklich. Und ist es notwendig, auf eine bestimmte Art und Weise darauf zu reagieren? Oder kann ich dem Ganzen einfach erst einmal den Raum geben? Ungefähr so, als würdest du beginnen zu zählen. 21, 22, 23. Und in diesen drei Sekunden kann schon so viel anders sein, als der Impuls, dem du vielleicht nachgehen möchtest. Das heißt, Achtsamkeit lehrt dich, wie du dich selbst aus der Feldposition in die Beobachterrolle bringen kannst. Und es lehrt dich einfach, dir deiner selbst bewusst zu werden. Wirklich hinzusehen und zu gucken, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge? Und sind es nicht tatsächlich immer die gleichen oder ähnlichen Dinge, die mich wütend machen oder auch freudig? Und natürlich darf beides sein. Aber grundsätzlich wird dieses Leben ein bisschen leichter, wenn es weniger Ja's und weniger Neins gibt und dafür einfach erst einmal viel mehr Akzeptanz für das, was ist und viel mehr Annahme. Und ich denke, das dürfen wir alle lernen, dass persönliches Leid immer entsteht, weil wir uns gegen irgendetwas wehren, weil wir mit irgendetwas im Widerstand sind. Und in den meisten Fällen ist es die Realität, mit der wir kämpfen. Und das ist echt ungünstig, weil wenn die Dinge sind, wie sie sind, dann macht es echt keinen Sinn, sich innerlich dagegen zu wehren. Aber genau dafür gibt es dieses wunderbare Tool namens Achtsamkeit. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass Achtsamkeit ein sehr menschlicher und natürlicher Zustand werden kann, der einfach ganz, ganz viel Übung braucht und der am Ende einfach dienlich ist, die eigene Akzeptanz und die Annahme für sich selbst, für gewisse Umstände, die oft bzw. eigentlich immer menschengemacht sind und auch andere Menschen schafft. Und ich glaube, dass das der eigentliche Weg ist. Der eigentliche Weg ist zu verstehen, dass alles, was ist, eine Daseinsberechtigung hat. Denn alles, was ist, ist irgendwie menschengemacht und niemand ist perfekt. Gott bewahre, wie das aussehen würde, wenn das so wäre. Das heißt, alles, was ist, ist gut, so wie es ist. Und mit ein bisschen weniger Ja und ein bisschen weniger Nein, gelingt die Beobachter-Position schon viel besser. Und wenn du dir erlaubst, wirklich mal nur zu beobachten, was eigentlich so tagtäglich passiert, dann kann ich immer nur wieder sagen, es ist oft auch echt eine ganz schön merkwürdige und auch sehr, sehr lustige Lebensveranstaltung, in die wir hier gefunden haben und in der wir hier zusammengekommen sind. Und mich hat Achtsamkeit einfach auch gelehrt, den Ernst des Lebens irgendwie mit ein bisschen mehr Humor zu betrachten und die Dinge generell gar nicht so ernst zu nehmen, sondern mir zu erlauben, mich einfach hinzugeben, mich in dem Moment einfach hineinzuentfalten und zu gucken, wenn alles durch mich durchströmt, wie kann der Moment dann durch mich durchströmen, ohne dass ich in den Widerstand gehe und innerlich sage, nein, das will ich nicht. Sondern ich gucke erst mal, was ist denn da drin für mich. Ich beobachte, ich werde ganz weit und erlaube mir anzunehmen, was ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode, mit einer kleinen Einführung über Achtsamkeit. Und ich bin nach wie vor zu eine Million Prozent davon überzeugt, dass eine achtsame Lebensführung, der Versuch einer achtsamen Lebensführung, die eigene Lebensqualität massiv steigern kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der praktischen Übung und wann immer du deine Finger vielleicht ganz langsam aneinander berührst, erinnerst du dich an diese Folge und erlaubst dir, einen Moment innezuhalten, zu atmen, loszulassen, anzunehmen, was ist und dich zu öffnen. Ich danke dir fürs Zuhören und wie schon zu Beginn erwähnt, wenn du jemanden kennst, der mit Achtsamkeit beginnen möchte oder der sich selbst einfach was Gutes tun möchte, dann teil doch diese Folge gerne. Und ansonsten lass mir deine Gedanken zu der heutigen Folge bei Instagram unter dem heutigen Post unter atkim-sternemann. Du findest auf meiner Instagram-Seite auch noch in meinem Profil den Link für ein neues E-Book, was ich geschrieben habe, ein kostenloses E-Book zum Thema Yoga. Yoga, Achtsamkeit ist auch ein Thema des Yoga und mir war es ein großes Anliegen, durch meine wirklich gute, staatlich anerkannte Yoga-Ausbildung, die ich machen durfte, einfach mal die Basics des Yogas wirklich so runterzuschreiben, dass sie jemand auch versteht, der gerade erst damit anfängt und über den Bereich der, ich sag mal lediglich, Körperarbeit hinaus, dir zu ermöglichen, etwas von Yoga zu verstehen. Denn Yoga ist so viel mehr als nur Körperarbeit und oder Meditation. Und die klassischen Grundlagen alleine sind schon der erste Schritt für eine achtsame Lebensführung. Das heißt, besuch mich gerne auf Instagram, lad dir mein neues, kostenloses E-Book runter und ich hoffe, auch das wird dich weiterbringen, dich inspirieren und dich dabei unterstützen, den Versuch, eine achtsame Lebensführung für dein Leben zu wählen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz lieben Dank für deinen Support und das generelle Anhören meines Podcasts. Es ist mega schön, dass es dich gibt. Ich bin sehr, sehr dankbar für dich. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.